So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil meines neuen C-Sharp und XNA 4.0 Tutorials. Ja, was wollen wir denn heute bzw. in den kommenden zweieinhalb Stunden so alles schönes machen? Wir wollen ein Spiel programmieren, wo die Basics von XNA so halbwegs ein bisschen erklärt werden und ja, was halt ein cooles Spiel ist, ich glaube man sieht es schon am Namen oben, es wird ein Pong werden und es ist ein ganz normales Pong, was man auch hier vom C4 sieht, das ganz normale Pong-Spiel halt und mit den zwei Schlägern und das wollen wir dann heute halt machen, lag ein bisschen, aber das ist aufnahmebedingt und Windows-Inmulationsbedingt und ich bin so gut da drin. Ne, also so wird das halt am Ende dann so ungefähr aussehen, nicht gleich, aber so ungefähr zumindest und das erklärt dann wirklich, wie schon gesagt, die Basics und ein bisschen C-Sharp kann man da auch noch lernen. Für die, die es in Visual Basic oder VB-Net schreiben wollen, das geht auch, man kann XNA auch für VB-Net installieren, glaube ich, ja, so war es. Und das heißt, alle haben was davon, außer die C-Lots, die haben nichts davon, haha. Ja, so wird es dann für die ersten paar Teile aussehen. Wir werden die grundlegenden Einzel-Elemente bauen, wie den Ball, dann die Paddles, die Bumpers, die für die Kollisionsabfrage sorgen und den Text, den werden wir uns dann zuerst in einzelnen Klassen zusammenbauen und dann am Ende erst wieder alles zusammensetzen und die Game-Logik dann darum bauen. So, wer, wenn ihr wollt, dann können wir das Ganze dann noch komplexer machen, wir können das Ganze dann noch mit einer KI ausstatten, eine KI ist jetzt nicht so schwer, das ist eigentlich nur ein Random Generator. Und wir können dann auch noch das 4-Way-Pong machen, das 4-Way-Pong sieht im Grunde so aus. Ja, also wir haben oben, unten, rechts und links die Paddles und unser Score-System funktioniert dann etwas anders mit dem Ausschlussverfahren. Das heißt, wer dann eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, fliegt raus. Wenn wir dann dieses 4-Way-Pong haben, dann könnte man gegebenenfalls, je nachdem, wenn ihr Lust habt, das in die Kommentare schreiben, das Ganze noch Server- und Client-mäßig machen. Das ist jetzt die Server- und Client-Version. Kann ich euch leider nicht zeigen, da das IP-gebunden ist. Das heißt, wir können nur einen Client pro IP laufen lassen. Aber das kann man dann am Ende machen. Ich möchte euch jetzt heute nur in den Videos jetzt das Grundgerüst zeigen, woraus das Pong besteht, wie die einzelnen Teile gemacht werden und was die Game-Logik dahinter ist. Das möchte ich euch dann heute zeigen. Und wir fangen halt dann zuerst mit den einzelnen Klassen an, wie schon gesagt, und arbeiten uns dann halt vor, bis wir dann halt dieses Game sehen, was wir da eben gesehen haben. Und ja, ihr braucht dazu eigentlich nur so ein bisschen C-Shop-Kenntnisse und vielleicht für euch zwei Musikdateien. Eine muss WAV sein als Kollisionssound und eine muss irgendeine MP3 sein oder so, die halt als Hintergrundmusik eingesetzt werden wird. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Ich werde die Klassen so oder beziehungsweise das so schreiben, dass man das wählen kann nachher, ob ihr Hintergrundmusik oder allgemein irgendwelche Töne haben wollt. Aber wenn ihr das so gemacht habt wie ich, seid ihr darauf vorbereitet, dass ihr halt die verschiedenen Dateitypen an Musik händeln könnt. Und darauf komme ich dann, wenn ich die... geht dann aufs passende Video, dann seht ihr das. Gut, wir fangen an. Und hier kommt jetzt ein kleiner Cut und dann sage ich bis gleich. Tschüss. Und hier bei 2010, ich habe zwar auch 2012, aber bei 2012 funktioniert das XNA noch nicht. Doch, es gibt zwar Methoden, wo es funktioniert, aber... Jo. Ich hatte keinen Bock mehr zu installieren. Ich hätte das gern wieder hier. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr, dass ich das... Wie geht denn das? Ah, ja, so ging das. Da ich das so mache, weil bei mir ist der Bildschirm nicht in der Mitte. Das heißt, so ist es für mich relativ mittig. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr da jetzt X und so und hier in dem Framework 4 und... Ich glaube, es gibt es schon 4,5, ne? Habe ich auch nicht installiert. Und XNA Game Studio 4.0 installiert habt. Wir gehen auch davon aus, dass... Oder ich gehe davon aus, dass ihr so ein bisschen C-Sharp-Kennnisse habt oder zumindest Visual Basic, weil das ist eigentlich relativ ähnlich. Und... XNA ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ich meine, das Einzige, was halt neu ist, ist das Malen des Ganzen. Sonst berechnen wir die Position ganz normal mit Position A plus Position B ist dann Position C und so. Ja, sowas wird dann halt... Sollte man können. Aber sonst ist XNA halt relativ selbsterklärend sogar. Und wir fangen jetzt mit einem neuen Projekt an. Ein Windows Game 4. Wir können das direkt für die Xbox bilden lassen. Also das Problem besteht nicht. Der Code ist zu 99,9% kompatibel damit. Ein paar Sachen müssen geändert werden für den Game Controller. Aber das sollte jetzt auch keine so große Hürde sein, das Ganze zu machen. Wir nennen das mal Tut Pong. Ja, also... Ein neues Tutorial mit Pong. Und das Erste, was ich jetzt hier machen werde, ich werde die Grafik des Ganzen runterschrauben. Das werde ich euch jetzt erst mal zeigen. Also so sieht das Ganze jetzt erst mal aus. Komme ich jetzt gleich noch zu. Aber zuerst werde ich hier machen Projekt eingeschaffen. Boah, Projekt eingeschaffen. Und dann gibt es hier diese Game Profile. Es gibt einmal diesen High Dev, also High Definition. Das High Definition Zeug. Und dann gibt es einmal hier den Limited API Support Zeug. High Dev geht halt richtig an die Hardware. Also wer das Game Racing Sample kennt, da gibt es da so fertige Rennspiele und Minecraft-Klone und so, gibt es ja auf der Seite creators.xnr.com. Da wird dann dieses High Dev Profil benutzt, weil man da halt dann richtig auf die Grafikkacke hauen kann. Aber da die virtuelle Maschine es nicht schafft, beziehungsweise nur DiTX 9 und eine emulierte Grafikkarte, muss ich das jetzt leider so machen. Hier kann man das natürlich dann auf High Dev stehen lassen. Und ja, ich kann euch auch gerne auch mal zeigen, ich bilde das jetzt mal in dem Modus, wo ich es nicht kann. Dann bekommt diese coole Meldung, deine Grafikkarte hat keinen Support für die Software. Und wenn wir das jetzt im normalen Modus bilden lassen, so sollte das bei euch auch aussehen. Ihr seht, wir haben jetzt hier so ein blaues Fenster und das ist unser Spiel. Der Vorteil halt an XNA ist, dass wir ein komplett fertig initialisiertes Fenster haben, ohne irgendwas zu schreiben. Ja, also wir sehen uns, unser Game funktioniert, unser Fenster funktioniert und wir haben keine Antikenzale Code geschrieben. Wenn ich da jetzt mit C und DiTX bzw. OpenGL anfangen würde, mir da irgendwas zu basteln, dann bräuchte ich da erstmal 100 Zahlen, um ein Fenster zu initialisieren, was dann halbwegs läuft. Das ist halt der Vorteil des Frameworks. Das heißt, wir drücken auf Start und es funktioniert. Und das ist halt der ganze Vorteil an der ganzen Geschichte. So, wir sehen, wir haben jetzt hier tonnenweise Kommentare drin. Eigentlich lasse ich die drin, aber ich mache jetzt diese Riesenteile dann mal raus. Ich meine, die braucht ja jetzt eigentlich kein Mensch. Die Game-Logik kommt natürlich, bleibt natürlich, aber die kommt nicht da rein. Die machen wir in extra Funktionen. Also hier diesen Riesenteil, ja, das braucht eigentlich kein Mensch. Initialisation-Logik haben wir eigentlich keine. Nur ein bisschen haben wir, aber das kommt nicht da rein. Das heißt, wir haben jetzt, ich speichere das einmal kurz, unser Projekt. So, wir haben hier unser Projekt und wir haben jetzt die unten in den Kommentaren entfernt und wir fangen jetzt, wir machen jetzt erstmal, wir ändern jetzt erstmal eine Sache und zwar ändern wir hier unten bei, in der Dwarf-Funktion, in Rue-Fits-Device-Clear, ändern wir in schwarz, wir wollen einen schwarzen Hintergrund haben und wir gucken uns das mal an. Hat doch schon mehr Punktstyle, eine schwarze Konsolen-ähnliche Anwendung, die noch nichts macht. Ja, also das ist das jetzt, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt, das können wir jetzt nochmal kommentieren. die machen wir jetzt alle zu. Ich mag das zu machen. So, aber das erste, was wir jetzt machen, wir wollen mit der Klasse anfangen. mit der Ballklasse anfangen. Ja, stimmt schon. Ball ist immer das Interessanteste, deswegen tue ich jetzt mal als Interessantes sagen am Anfang. Also die Bewegung des Balls auszuführen ist auch mega interessant. Aber danach wird es langweiliger, ja. Also bis zum Sound ist dann der langweiligste Punkt des Ganzen erreicht. Deswegen fangen wir mal mit dem interessanten Teil an, dass hier nicht alle einschlafen bei diesem Tutorial. Und dazu gehen wir jetzt Rechtsklick auf Tutorial Pong und sagen, also hier kann man das irgendwie create a copy for Xbox 360. Das heißt, wir können das da direkt für die Xbox bilden lassen und dann noch die Xbox, wenn wir eine haben. Ich habe keine, rüberkarren lassen. Gut, wir sagen hinzufügen neues Element. Das braucht jetzt wieder Stunden. Klasse ist schon ausgewählt und die Klasse nehmen wir jetzt einfach mal Ball. Richtig kreativ. Und das, was ich eigentlich immer mache, ich kopiere mir hier den Schrott. Man weiß nie, wofür man ihn braucht. Deswegen kopiere ich mir das jetzt auch mal hier oben in den using-Teil rein. Und das die Klasse von Game1 erben. Das heißt, dass wir die Funktionen, also einfach gesagt, die Funktionen aus der Klasse Game1 jetzt noch benutzen können. Bzw. auch die Variablen teilweise, je nachdem, wie wir sie gesetzt haben. Wir brauchen wahrscheinlich die GameTime nachher, aber lassen wir uns das machen wir später. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere schöne Klasse Game1. und wir wollen einen Ball machen, ja? Und unser Ball besteht aus einem Rechteck, also ohne Textur. Und dieses Rechteck hat tatsächlich noch eine andere Funktion. Die ist Rechteck-HD-Funktion zur Kollisionsabfrage. Wir müssen ja irgendwie gucken, berührt unser Ball ein anderes Objekt wie Paddle Bumpers oder noch ein Ball. Also wir können ja so, es gibt ja so ein Instant-Pong-mäßiges Zeug machen, wo wir dann auf Knopfdruck dann 100 Bälle spawnen lassen können. und das können wir halt dann so machen. Und da brauchen wir natürlich auch eine Kollisionsabfrage, ob die Bälle zum Beispiel gegenseitig berühren. Und dazu benutzen wir ein Rechteck und wir benutzen gleichzeitig das Aussehen des Balles ebenfalls ein Rechteck. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, für unseren 8-Bit-Style-Pong-Zeug haben wir Schulz brauchen wir nicht so viel schreiben hier. fangen wir mit dem Rechteck an. Das Rechteck ist ein Typo-Rect-Angle. Das nehmen wir mal Ball-Rect, also das Rechteck des Balles. So, dann brauchen wir Parkblick-Vektor 2, ja, also zwei Punkte, XY, und das Ganze nennen wir Ball-Post. Ich schreibe das immer mit Unterstrichen, das ist eine Angewohnheit. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Variablen zumindest von unserem Rechteck. Das heißt, wir wissen die Startkoordinaten und wie breit und wie hoch das ganze Teil ist. Und wir müssen natürlich wissen, an welcher Position soll unser Ball sein, dafür haben wir Vektor 2, also die zwei Koordinaten XY, und die belegen wir, da steht halt die Ball-Position drin und nachher malen wir auch diesen Vektor 2 und dann wissen wir genau, unser Ball ist jetzt bei Pixel 100, 200 und dann ist genau da der Ball. So, dann brauchen wir noch ein Public-Integer, also eine Zahl ohne Komma und so, einmal Riff, dann mal Height. So, das heißt, wir wissen jetzt hier, wie groß unser Ball ist, soll unser Ball jetzt 10x10 Pixel sein oder 100x1 Pixel, ja, dann wäre unser Ball Linie, aber wir wollen ja wahrscheinlich ein Rechteck, ein Viereck haben und deswegen brauchen wir die beiden Variablen noch. Wir wissen, wie groß es ist, oder? Im Server, wie bei meiner Anwendung, kann man mit dem, wenn man Shift und hoch runter hält, kann man die Ballgröße verändern, das heißt, man kann den Ball rein, tötig einmal ein Pixel machen, ob man das dann noch aufhalten kann, ist jetzt die andere Geschichte, aber so was, solche Spielereien kann man halt damit einfügen. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Public-Float, und das nennen wir Ball-Speed. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein, wie schnell soll der Ball sich bewegen und ja, ich glaube, das reicht. So, das nächste, was wir brauchen, wir brauchen ein Public-Bool, denn der Ball bewegt sich ja, der Ball weiß nicht, in welche Richtung er weiß, jetzt, wo ist der Ball, er weiß, wie groß ist unser Ball und der Ball weiß selber, wie schneller er sich bewegen soll. Das heißt, bei jedem Frame, in Anführungszeichen, weiß der Ball, er müsste jetzt irgendwo hin zehn Pixel weiter, aber er weiß nicht, wohin, er weiß nicht, in welche Richtung. So, und deswegen haben wir, brauchen wir einen Bull, beziehungsweise vier Stück, für die einzelnen Richtungen, also oben und rechts, links, also immer die Diagonal, und deswegen machen wir uns jetzt mal so ein paar Bulls, ein paar Bullions, das nennt ich immer immer MV, also Move, wohin, also Richtung, oben, unten, also Down, für Down und U für Ab, hoffentlich logisch, und dann haben wir immer Zeit, White, Komma, MV, Up, White. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal nach rechts, nach oben und nach unten bilden, also Diagonal nach rechts oben und Diagonal nach rechts unten. Aber eigentlich noch nicht ausreichend, wir wollen auch noch in die andere Richtung, das heißt, MV, Down, Left, und MV, Down, Ups, Up, White, äh, Left, sorry. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere vier Richtungen und ich mach das mal so, ich hoffe, das ist leserlicher. Gehe ich jetzt eigentlich nicht von aus. Äh, so. Ja, also Richtung des Balls, Speed, machen wir uns mal Merkungen, 6,0F. Ähm, das ist der Speed, der bei mir, äh, standardmäßig war. ja, ja, dann ist das die Größe und den Rest lasse ich jetzt einfach mal, der sollte selbst erklärend sein. So, damit haben wir jetzt erstmal alle unsere Variablen und jetzt kommen wir zum, ähm, eigentlichen Programmierzeichen, meinen Variablen können wir eigentlich immer setzen, aber, naja, so. Und wir fangen an, wenn wir uns eine neue Instanz des Balls kreieren, also zum Beispiel Ball gleich geiler Ball gleich New Ball, dann brauchen wir erstmal, äh, den Konstruktor, der unserem Ball erstmal die ganzen Werte zuweist, beziehungsweise als er es aufgerufen wird, will wir eine neue Instanz des ganzen kreieren, des Balls. Und dieser, äh, Instruktor hat keinen Rückgabewert, muss public sein und heißt lustigerweise genauso, wie unsere Klasse heißt, sondern einfach Ball. So. Diesem, ähm, Ball, ähm, in diesem, in diesem Konstruktor können wir jetzt die einzelnen Parameter setzen des Ganzen, also wir können zum Beispiel sagen, wir setzen den Float Speed gleich 6.0 F. Da wir hier hinterher direkt einen Wert gesetzt haben, ist dieser Parameter optional, bei der Xbox-Variante geht das glaube ich nicht, da können wir, müssen wir den Wert immer geben, also wir können nichts Optionales da veranstalten, ähm, und ich sag jetzt einfach mal, ähm, das heißt, wir können direkt beim, beim, beim initialisieren des Balls, direkt die Geschwindigkeit mit angeben, das ist ganz sinnvoll, äh, deswegen habe ich das damals auch nur beim Ball gemacht, da das jetzt für unsere Geschichte reicht. so, ähm, ich würde sagen, wir machen kurz direkt weiter, wir machen mal kurz int, ähm, wirf, int, halt, ähm, und das sind glaube ich die ganz normalen Parameter, mehr brauchen wir erst mal nicht, und, ähm, die weisen wir jetzt erstmal unseren Variablen zu, weil wir können jetzt von diesen Variablen nicht einfach auf Variablen auf andere zugreifen, deswegen weisen wir diesen Variablen jetzt erstmal diese Werte zu. Den geben wir euch aber auch noch, optionale Werte, wir machen 10x10 Pixel, würde ich vorschlagen, ich weiß nicht, wie es bei mir jetzt war, gucken wir mal kurz nach, was ist unser Ball da, äh, wo kommen, Moment, wo steht das drin, geht eins, da müsste irgendwo der Ball, 7, 7, 8, 8, ich glaube war auch 10, glaube ich jetzt einfach mal, ähm, äh, 20 war der sogar, jetzt fällt es mir wieder ein, der war 20 der Ball, der war relativ groß, dann machen wir mal 15 daraus, ja, so, also SIS, äh, WÜV, gleich WÜV, so, sieht jetzt relativ lustig aus, SIS, WÜV gleich WÜV, ja, fragt man sich jetzt erstmal, was soll diese Konstruktion, Konstruktion sagt einfach nur, mit SIS, meine ich nicht SIS, sondern mit SIS, meine ich SIS, ja, hört es ganz lustig an, das heißt einfach nur, wenn ich jetzt WÜV gleich WÜV schreiben würde, dann würde der einfach, das, ist gleich das, aber ich möchte ja nicht das gleich das setzen, das macht ja erstens überhaupt keinen Sinn, und, äh, aber, und macht, ja, ja, macht es recht keinen Sinn, ähm, sondern ich habe das gemeint, deswegen sage ich hier einfach SIS, und damit meint er immer, das, ja, das ist Punkt, was haben wir, Height, brauchen wir noch Height, gleich Height, und, SIS, Speed, Ball Speed, gleich Speed, so, der lustige ist, hier kann ich das SIS jetzt weglassen, da es unterschiedliche Namen sind, SIS kann man, oder, ist jetzt in diesem Fall nur da, weil wir zweimal die gleichen Namen haben, das heißt hier heißt es WÜV, und hier ist es exakt gleich, und weil hier die Variable Ball Speed heißt, und nicht Speed wie hier, kann man nicht das weglassen, die wir trotzdem zugewiesen, so, das nächste, was wir bei unserem, bei unseren Init machen müssen, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass alle Richtungen auf false sind, weil wir zwei, wir können mit dem Ball nicht in zwei Richtungen gleichzeitig, das heißt, wir müssen jetzt erstmal alle auf false setzen, also MV gleich false, da, so, das kopiere ich mir jetzt, mache ich daraus ein U, kopiere es mir nochmal rein, mache daraus ein R, I, G, H, T, und kopiere mir das Ganze nochmal, und sage ab, das heißt, jetzt hat momentan unser Ball keine Richtung, das heißt, wir haben keine Startrichtung, aber das brauchen wir, das heißt, wir können uns jetzt einfach erstmal irgendeine Richtung überlegen, indem der Ball starten soll, zum Beispiel jetzt, move up right is true, das heißt, jetzt weiß man der Ball, wenn wir den neu created haben, du sollst jetzt hoch diagonal hoch rechts dich bewegen, in der Geschwindigkeit 6f. Ja, also das ist jetzt erstmal, also wir können jetzt mal, set, start, dir, ja, sollte hoffentlich selbsterklärend sein, dass das die Start-Geschichte ist, ja, also wir wissen, der Ball weiß zumindest, in welche Richtung er sich bewegen soll. So, machen wir weiter, und zwar, wir machen jetzt mit dem Rechteck weiter. Unser Rechteck hat momentan noch keine Startposition, und das Rechteck weiß noch nicht, wie groß es ist, also momentan ist unser Rechteck 0. Es weiß nicht, wo es ist, und es weiß nicht, wie groß es ist, wie eben schon gesagt, 0, und das wollen wir jetzt ändern, denn unser Ball kann nicht 0 sein. Wenn unser Ball 0 ist, haben wir keine Startposition mehr, und dann wird es schlecht mit dem Spielen, beziehungsweise mit dem Sehen des Balls überhaupt. Deswegen gehen wir jetzt auf unser Ball Rechteck, vom Typ Rechteck, hört sich wieder extrem cool an, und setzen jetzt erstmal die Heid, und die Heid haben wir schon festgelegt, und das ist die Heid. So, das Ganze machen wir natürlich auch rect.wiff, gleich wiff. Jetzt weiß unser Rechteck schon mal, es geht 15 Pixel in die Breite, und 15 Pixel in die Höhe, in die Höhe nach unten, und die Breite bleibt ganz normal, da unser Koordinatensystem ja nicht das Normale ist, sondern ist hier Paint drauf, gucken wir uns das mal kurz auf Paint an. Jetzt kommen wir, die Zeichenskills kommen jetzt, mit gerade Linien und so. So. Ah, so. Pinsel. Oh ja, ich bin so gut da drin. Das klappt mir nicht. Das heißt, wir haben hier im Grunde x. Da kommen. Ach, ich muss essen. Meine Kacke. So, fett x haben wir hier, und wir gehen hier nach y, ja. Also so ist das aufgebaut, ja, und hier ist dann 0, 0. So ist unser Koordinatensystem im Grunde aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht das, wo in der Mitte ist, dann geht es nach unten, nach oben, nach rechts und links, sondern wir gehen so, das heißt, wir gehen nach unten, mit positiven y. und x bleibt gleich. Ich weiß, ich habe eine super Idee, kriegt er wahrscheinlich, mal gucken, ob ihr das kriegt, das Projekt. und das ist jetzt, könnt ihr das später nochmal angucken. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber machen wir erstmal weiter. So, unser Rechteck weiß also jetzt, wie groß es ist, aber jetzt weiß man nicht, wo es anfängt, und deswegen fangen wir mit der Ballvect Punkt, jetzt fangen wir an mit x, also Koordinate x-Koordinate, gleich Klammer auf, int, wir wollen eine Konvertierung, Ballpost Punkt x, gut, das kopiere ich mir jetzt, mache das Ganze für y, und das heißt, wir haben jetzt hier, unser Rechteck weiß jetzt auch unsere Startposition des Ganzen. Aber die Startposition setzen wir jetzt momentan bei Ballpost Punkt gleich Vektor 2 Punkt 0, das heißt nicht 0, wie heißt denn das? 0, ne? Genau. Wir setzen uns jetzt erstmal 0, also hier setzen wir wieder rect-Größe und rect-Pos und hier habe ich jetzt mal so klein gemacht, dass der das nicht automatisch korrigiert, und hier ist set-start-Pos und damit ist unser Konstruktor im Grunde fertig. Ja, also das heißt, unser Ball kennt jetzt schon mal beim Initialisieren seine Größe, seine Farbe, ja, Farbe jetzt nicht, Farbe können wir später noch festsetzen. Was kennt das noch? Ja, eigentlich so gut wie alles, was er wissen muss. Gut, machen wir weiter mit der Blick-Void, also kein Rückgabewert, beziehungsweise mehr auch genau, Update, da müssen wir noch hinterricht schreiben, kein Update, braucht kein, ne, braucht keine Parameter, so. In der Update-Funktion wird eigentlich nichts anderes gemacht, als neue Ballposition setzen, gucken, ob eine Kollision stattfindet und die Richtung Geschwindigkeit setzen. Ich glaube, wo da war es das? Überleg jetzt gerade mal. Ne, das war's. Gut. Mir fällt jetzt noch was ein. Wir müssen noch, 15 ist kacke, wir müssen 20 nehmen. Und hier müssen wir Moment, wir sind hier bei der Post, ne, 10 abziehen. Hat den einfachen Grund, wir gehen von der Mitte des Balls aus, so hätten wir, würden wir von der oberen linkeren Ecke ausgehen, aber wir würden gern von der Mitte ausgehen. Oh, verdenke ich mich jetzt hier gerade. Egal. Werden wir gleich später sehen. So, das erste, was mir in der Update-Methode, ja, in der Update-Funktion-Methode passiert, wir wollen die neue Ballposition setzen, anhand der Position, die wir neu errechnet haben. Und wir würden gern die Direction setzen, also die, wohin der Ball geht, und das machen wir einfach mit einem IF. So, damit brauchen wir jetzt insgesamt vier Stück. Also, MV, LEFT, haben wir. Wenn das so ist, sonst, man könnte jetzt auch vielleicht gleich TRUE machen, das funktioniert auch, aber, kürzer Schreibweise, und wenn es false ist, dann macht man davon einfach ein Ausrufezeichen. Ja, also, so sehe ich jetzt, wenn die Direction nicht gesetzt wäre, also, wenn MV, D, LEFT, auch false wäre, wäre einfach ein Ausrufezeichen. Davor. So, ähm, jetzt kommt die erste Überlegung, im V, DOWN, LEFT, das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Ballposition natürlich verändern, da brauchen wir natürlich wieder X, und wir gehen nach unten, das heißt, X, nee, Moment, wir gehen nach links, das heißt, X muss minus gleich, was den gesetzt werden, Wallspeed, wie schnell wir uns bewegen, also, das heißt, Wall X ist gleich, Wall X minus die Ballgeschwindigkeit. So, wir gehen nach unten, und nach unten bedeutet, beim, beim X plus, ja, also, wenn wir gehen, ich habe euch ja eben das Koordinatensystem gezeigt, äh, ja, könnt ihr nochmal zur Stelle zurückspielen, X, äh, Y geht nach unten, und das ist plus, also, wenn wir nach unten wollen, muss X immer mehrer plus werden, immer positiver. Gut, den Block kopiere ich mir jetzt, ich schreibe das jetzt nicht jedes Mal nochmal neu, und mache mit up left direkt weiter, wir wollen nach oben, und nach oben bedeutet einfach nur, dass Y in den Minusbereich immer kleiner wird, und desto kleiner, wenn zum Beispiel, desto kleiner Y wird, desto höher geht das Ganze. Gut, machen wir direkt weiter, jetzt haben wir schon mal unsere beiden, machen wir direkt mal mit up right weiter, äh, e, 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 und, up right, nach right, das heißt, wir müssen positiv, oder wir müssen immer positiver im Y-Bereicht werden, dass wir immer weiter nach rechts gehen, und wie wir hier schon gesehen können, up kann bleiben, da wir in den, äh, nach Minus müssen, wenn wir Y positiv werden wollen. So, machen wir mit down right weiter, down right ist einfach nichts anderes als weiß plus, da Y-Bereicht unten geht, und es ist ein positives. Gut, das Ganze kann man auch mal mit set dear, handeln, oder kommentieren, und ich mache jetzt hier einfach mal die Leerzahlen weg. Ich hoffe, das ist jetzt hier so verständlich, ähm, gut. So, und jetzt machen wir, ähm, machen wir jetzt direkt mit, ich weiß nicht, ob wir mit dem Bouncing weitermachen, denn, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Bouncing jetzt, äh, in die komplette Game-Logik, ähm, verschieben, wir verschieben das komplett in die Game-Logik, habe ich jetzt gerade geschlossen, das ist nachher einfacher, da müssen wir nämlich sonst immer so, mit kultiven Aufrufe, tätigen, aber wir machen jetzt erstmal unsere get set-Funktionen, das kann man auch mit Eigenschaften, mit Einstellungen machen, aber wir machen jetzt einfach immer, mal eine Public-Voids, kein Rückgabewert, und sagen wir set-MV-Down-Left. So, was wir im Grunde hier machen ist, wir kopieren uns diesen Teil, und wenn ich diese Funktion aufrufe, möchte ich gerne, dass mein Ball unter und nach links geht, also Down-Left muss hier gleich True sein, und alles andere muss False sein, so, das Ganze kann ich mir jetzt hier kopieren, so, MV-Up-Left, also wenn wir hoch, Up-Left ist hier, das heißt, wir müssen das True setzen, und alles andere auf False, da es nur eine Richtung geben kann, ich hoffe auch verständlich, wenn ich erläutere es irgendwann nochmal, so, Up-White, das muss False sein, und wir haben Up-White, das heißt, das muss auf True gesetzt werden, so, machen wir uns das, so, und wieder auf False, und den Wert Up-Down-White, auf True, muss man das hier nur gegen Down ändern, hat er auch gerade schon markiert, so, das war's, das war unsere Ballklasse,